hi leute wie ihr seht bin ich auf dem weg zum flugsbaum den machen wir heute mal solo mit fischl ausschließlich schauen wir mal ob wir es schaffen ich habe es nicht geübt oder sowas wie ihr seht das ist eher so ein kleines mini experiment was macht und jetzt greife ich an ich bin so ein trottel ok also in die nähe kann ich nicht mehr gehen weil alles ok nein du trist mich nicht ok eiszapfen dodgen ich kann wieder ran dann können wir mal schnell den laser ich könnte mich heilen macht man das oder ich dachte ich bin out of range weil ich habe irgendwie mit gerechnet dass er jetzt zuschlägt ich hoffe das ding das geht gleich kaputt das würde mir sehr gut tun das ist hat mich das echt noch getroffen ach du kacke bitte sagt mir fällt um jetzt muss ich big dick damage raushauen auf 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 damage 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 schaffe ich es nice uff also solo ist das gar nicht so einfach es war auf alle fälle kein no hit run aber es hat auf alle fälle wehgetan da holen wir uns auch mal unsere belohnung ab die habe ich verdient ja ich werde mal gucken die anderen bosse auch zu machen ich will mal alles mit solo und vielleicht auch mit anderen charakteren solo machen ich danke euch fürs zuschauen es hat spaß gemacht tatsächlich es ist ein bisschen mehr herausfordernd als in einem viererteam alles wegjoinken und tschüss ja ich kann es sehen es alles alles Michael